Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Season 5. Es gibt neue Informationen über die Season 5 und über das Update, was heute um 19 Uhr rauskommen wird. Bevor das Video startet, Leute, ich bin heute um 17 Uhr auch live auf Twitch. Kommt da gerne rein, wenn ihr live das Update mitverfolgen wollt und wenn ihr mir zugucken wollt beim Zocken, kommt da gerne rein. Oben ist der Link in der Beschreibung drin. Nick Merks, das ist ein sehr erfolgreicher Gaming und insbesondere ein COD-YouTuber und Streamer. Er hat eine überdimensionale Schachfigur bekommen, in der ganz unten in der Schachfigur so ein Fach drin war. In diesem Fach war ein USB-Stick drin. Dann hat er diesen USB-Stick genommen, er hat diesen USB-Stick an seinen PC geschlossen und auf dem USB-Stick war ein kleiner Ausschnitt des Trailers zu Season 5 drauf. Also ich denke mal, dass Activision ihm das Paket geschickt hat, weil Activision letztens auch sein Turnier gesponsert hat. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist es denn eine Schachfigur? Warum bekommt ihr eine überdimensionale Turmschachfigur zugeschickt? Was hat das zu bedeuten? Das muss ja eigentlich auch eine Bedeutung haben. Die werden ja wohl nicht aus Spaß einfach sich denken, okay, ich schicke ihm jetzt eine überdimensionale Schachfigur zu. Einfach komplett random. Das ist, denke ich mal, nicht der Fall. Ich denke, dass das auch wieder was zu bedeuten hat. Und zwar das Logo der Shadow Company ist ebenfalls eine Turmschachfigur. Und die Shadow Company ist eine Elite-Einheit aus MV2, die unter dem direkten Kommando von General Shepard standen. Die Elite-Einheit half beim Verrat an die Task Force 141 am Ende der MV2-Kampagne. Und in dem Ausschnitt des geleakten Season 5-Trailer-Ausschnitts von Nick Merckx kann man erstens oben ein Datum sehen. Das ist der 5. August. Am 5. August endet ja auch die Season 4 und dann startet auch die Season 5. Oben rechts sieht man noch die Uhrzeit. Da steht 10.46 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt startet dann wahrscheinlich das Live-Event. Da Nick Merckx in der USA wohnt und die Uhrzeit dort anders ist als in Deutschland, wissen wir auch nicht, ob es morgens um 10.45 Uhr oder abends um 10.45 Uhr ist. Von daher kann ich auch nicht genau sagen, wie viel Uhr es auch im Endeffekt hier in Deutschland ist. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass die letzten Seasons immer um 8 Uhr morgens gestartet haben. Das wäre demnach der 5. August dann um 8 Uhr morgens. Es kann nun sein, dass die Season 5 auch um diese Uhrzeit startet. Aber weil die Season 5 anders ist als die bisherigen Seasons, wegen dem Live-Event, wegen einigen neuen Sachen, die kommen werden, kann die Uhrzeit natürlich auch abweichen diesmal. In dem Video sehen wir noch, dass ein Helikopter von links geflogen kommt. Der Boden fängt ein bisschen an zu beben und der Zug fängt an zu hupen. In Season 5 werden wir übrigens auch noch Map-Veränderungen in Warzone bekommen. Die Nuke wird die Veränderungen der Map auslösen. Der Zug wird auf der Map seine Runden drehen und Loot abwerfen. Und das Stadium wird geöffnet. Und du kannst übrigens auch noch von dem Zug getötet werden. Heute in dem Update kommt übrigens Stimulus Duos zurück. Wir bekommen Shoot the Ship 24-7. Wir bekommen 3 gegen 3 Gunfight Sniper Only. Und es kommen zwei neue Bundles in den Shop. In einem Bundle haben wir eine rote Tracer-Munition für die Striker. In dem Bundle zusammen mit diesem Auto-Skin. Und es kann auch sehr gut sein, dass wir heute neue Intel-Missionen bekommen werden, wo wir neue Informationen zu dem Live-Event bekommen werden, was in Season 5 startet. Leute, ich weiß, dass ihr die ganze Zeit genervt seid davon, dass wir jedes Mal über das Live-Event reden. Also mittlerweile sind es ja auch schon offiziell geleakte Informationen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich habe richtig Bock auf die Season 5, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf. Liked das Video gerne, falls euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem kleinen Trailer-Ausschnitt haltet. Und kommt heute auf jeden Fall auf Twitch. Um 17 Uhr bin ich heute live. Um 19 Uhr kommt höchstwahrscheinlich das Update raus. Oder 19 oder 20 Uhr. Kommt da gerne rein, falls ihr darauf Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Livestream. Beziehungsweise im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.